Ja, ich bin der, du toppen, Leute. Ich bin der Momo. Komm, Schatz, eins auf. So, da ist er. Der große Pup, der König der Nacht. So, der König der Nacht, drei Jahre ist er alt. Von der Größe, von der Spannweite, passt es schon zum Adler. 70 bis 75 Zentimeter hoch, Spannweite 1,50 bis 1,80 Meter. Momo, drei Jahre alt, 1.800 Gramm nur, genauso schwer wie Max oben, der zweite Uhu. Der heißt nämlich Max, ist sieben Jahre alt. Ich sage mal, die weiblichen Uhus, denn wie gesagt, der ist ja ein drittel kleiner und leichter. Der weibliche Uhu, der liegt schon bei zweieinhalb bis dreieinhalb Kilo. Also, das ist natürlich eine große Wuchtumme. Meine zwei sind nur 1.000.